hallo und willkommen zu euer keksgemer ja wir sind hier stehen geblieben und in london pelin längere aufhaltung haben wir hier wir müssen jetzt noch kurz mal zu warten ja mal gucken was wir noch hier machen könnte irgendwie finde ich den unteren bahnhof nicht so toll da kann ich ja kaum was machen ist ja auch meine meinung hier sind treppen aber nie man kommt überall nicht hoch ich wollte auch mal auf die anderen bahn steigen oder kommen auch nicht hin ich kann das einfach so entsperren hier immer gut ich finde es richtig cool so viele details hier drin das ist schon der hammer tassen sieht man nicht so gut hinter mir die nein wir wollen noch weiter vor ist die toilette so klein finde ich persönlich hier kann man sich auch hinsetzen in der bis nicht klasse ja der typ hier oder der typ hier kann man auch sind tun handbremse so viele details und koffers okay wir haben noch ein bisschen zeit bevor wir los fahren müssen ja war jetzt gut fast drei minuten aufenthalt wir haben es ja nicht so eilig deswegen können wir auch zu ganz in ruhe zurückgehen hier sieht gerade so die schien guten tag guten tag der herr die machen wir mal runter wir wollen das nicht aufgehen wir fahren ja jetzt weiter genau einmal die tönverräger genau einmal die tönverräger die tönverräger vorsichtig am ansteig der zug fährt ab so meine die fahrgäste die zugestohlen sind noch mal einen schönen herzlichen willkommen auch im kex express richtung süden unser nächster halt ist just so aus links wo wir jetzt auch hinfahren werden so musste er eigentlich warte verstehe ich nicht verstehe ich nicht so 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 Ausstieg wäre in Fahrtrichtung Rex. Ich würde sagen, wir fahren bis zum Ende, weil wir fahren etwas länger hinzu. Mal rex die Tür auf. Ich glaube, ich stehe so gut. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, wir stehen drin. Ist aber auch sehr leer. Ein paar Bänke nur, ich weiß nicht, ich finde die Bahnhöfe nicht so schön. Ich finde völlig ein paar Details. Aber naja. Irgendwann hier muss ein Schild sein. Wie werde ich es denn weg? Ein Fahrplan oder... Ja, ich verriegelt sofort die Türen. Ich verriegelt... Vielen Dank. Vielen Dank. Ein größerer Bahnhof. Es müsste sogar noch nicht der letzte Halt sein. Ein größerer Bahnhof. 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 Ein größerer Bach auch incoming ist. Ein größer Bahnhof. Ein größerer Bahnhof. Ein größerer Bahnhof. ... 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 airport ja dort werde ich sie dann aber auch verlassen und sie und mein kollege wird dann weiterfahren für mich ich hoffe sehr eine gute fahrt gehabt und besuchen sie mich natürlich bald wieder aber ist ich habe ich habe ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 in Fahrtrichtung rechts in Kürze erreichen wir den Airport Ausstieg wäre in Fahrtrichtung rechts in Fahrtrichtung rechts die Bremse haben wir schon mal volle Last das haben wir Spitzensignal können wir ausmachen das können wir auch auf Notar ausmachen alles gut hier auch gut Alarm aus ja haben wir geschafft auch wenn wir den anderen zwei Bahnhofen zu spät angekommen sind steigen wir jetzt mal aus er fährt gleich mit dem Zug weiter mein Kollege richtig gut dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt und euch würde ich dann sagen bis zum nächsten Mal euer Keks Gamer und tschüss tschüss